Was ist das für ein Strahl? Das ist ja unangenehm. Wie lange bist du schon nicht mehr gefüllt worden? Hör auf, nicht schon wieder. Hallo, Jungs! Hallo! Oh, tut mir leid. Du solltest mit diesem Jean-René ins Bett gehen. Zeit für den Hausputz. Lass die Spinnweben wegfliegen. Ich lebe heute Giraffe, den Cretan da. Socken in Sertal. Das ist ja so abgehört. Egal, deine Oma hat gesagt, spießig, fickt gut. Nein, dumm, fickt gut. Wir sehen uns erst am Wochenende. Noch drei Tage ohne Sex? Ich bin doch kein Tier. Lolo, was treibst du denn hier in meinem Bett? Eloi, mein Sohn. Jean-René, hallo. Jean-René? Echt krass, der Neuf von meiner Mutter. Aber gut, in ihrem Alter kann sie nicht mehr wählerisch sein. Wie findest du ihn? Ich mag seine Ohren. Weißt du, die erinnern mich an meinen Lieblingstrickfilmen. Welcher? Dumbo. Er ist nur geschmacklos gekleidet. Am besten wir geht's schon. Das ist ja auch nicht wirklich... Du kennst dich doch mit sexuell übertragbaren Krankheiten aus. Ja, das ist meine Spezialität. Keine Sorge, ich hab alles im Griff. Jean-René! Was ist das? Wie kommst du darauf, dass ich an zwei 20-jährigen langbeinigen Blondinen interessiert sein könnte? Haa! Hey, hey, I'm calling you. Hopla. Du bist doch nicht mein geschuld, dass du nur erwachst. Haa! Wenn du endlich einen tollen Typen finden würdest, würde das dein beschissenes Leben ändern.